Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und die Aufmerksamkeit. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank, Raphael. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja. Vielen Dank. Ja. 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 Es ist aktiver, nicht in einem Garage, wenn ich mich nicht mehr verraten habe, weil ich mich nicht mehr verraten habe, weil ich mich nicht mehr verraten habe. Ich habe mich aktiv, in dem Traum, in dem Sport, etc. Aber es ist, dass wir schnell die Empfehlungen haben, dass wir in der Jahrzehnte studieren, das Thema Time-Sharing im Jahr 1972. Und wir sehen uns schnell, dass der Aruba Beach Club der Nummer 8 im Weltraum des Timesharingen ist. Heute gibt es viele und viele. Es war in der ersten Phase. Ein Freund von mir hat mir eine Postcard geschrieben. Er ist in Porto Rico. Er sagt, es ist ein Phänomen hier. Er ist ein Phänomen hier. Und ich habe mir gesagt, dass es ein Hobby exitos ist in der Touristische Industrie. Ich habe mir das erste Mal. Ich habe zwei Freunde in Porto Rico. Wir haben eine Präsentation. Wir haben wirklich einen kleinen Kästchen und einen kleinen Entwickler. Wir haben gesagt, dass es eine gute Zeit für die Kunden, die Aruba ist. Wenn du nicht die Ruhm liebst, in einem neuen Bindback, und du nicht verwendet, wenn du nicht mehr Geld verdienst, aber wenn du nicht mehr Geld verdienst, wenn du nicht mehr Geld verdienst, dann macht es viel Sinn. Win-win! Das ist eine gewisse Sache. Wir sind in Ruhm, wir haben eine Regisse, und wir haben eine Industrie. Wir haben 40% heute, dass die Ruhm im Ruhm im Ruhm im Ruhm Und wir hatten auch ein bisschen mehr viel mehr als das Hotel für die Pandemie, für die Natur und die Produkte. Aber wir haben einen Beach Club, dann haben wir die Casa del Mar, die Playa Linda, die Costa Linda und die Tierra del Sol. Und in der Tierra del Sol, die Kompanyen haben wir viel mehr Zeit. Und wir haben die Kompanyen, die Leute, die Kompanyen haben. Aber die Kompanyen haben wir zusammen mit der Tierra del Sol in der Tierra des Kompanyen. Und die Kompanyen haben wir die Bürokratie gemacht. Aber die Kompanyen haben wir das letzte Kompanyen gemacht. Und die Kompanyen haben wir das Video, in der Kompanyen hat, aber die Kompanyen hat, die Kompanyen haben wir ein bisschen überprüft. Aber wir haben ein Projekt, wir haben eine Paz mit der Naturaleza und eine Paz mit der Arquitecturität. Wir haben eine große Herausforderung, Kultur und Respekt. Wir haben eine große Herausforderung, wir haben eine große Herausforderung. Wir haben eine Paz mit der Aruba. Wir haben immer unsere Filosofia. Wir haben weniger Pläne, wir haben weniger Kampfer, aber wir haben einfach eine Paz mit der Arquitecturität. Ich möchte eine Frage stellen, die wir im nächsten Mal haben. Wenn wir die Bürokratie haben, wir haben eine Paz mit der Arquitecturität. Wir haben viele Dekäste vor, wenn wir die Bürokratie sehen, dann sehen wir, dass wir die Bürokratie sehen, 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 nicht mehr machen, damit wir die Bürokratie sehen, dass wir die Bürokratie sehen, wie es auch die Bürokratie sehen, wie es die Bürokratie mit der Unternehmen sein, das ist die Möglichkeit, zu den Durchbruchten zu sein und machen. Es gibt die Bürokratie für die Bürokratie, kurzfristig festelegt. und wir sollen es besser wissen, was es zu machen. Aber es gibt ein Bedeutung für die Regierungschefung, die Bögenheit ist für die Bürokratie, es schwierig. Wo ist das Wack? Das Wack? Das Wack? Das Wack ist ein bisschen. Wir haben viele Menschen, die wir mit dem Böden tun haben, dass wir mit dem Böden und dem Böden tun haben. Aber es endemisch. Es gibt, zum Beispiel, ein Firmament von einem Papier, dann passen Sie mit einem anderen Department, dann passen Sie mit einem anderen Department, dann passen Sie mit einem anderen. Und mein Ziel ist, dass es, wenn ein Geschäftsführer der Gäuble, ein Geschäftsführer der Kammer, ein Geschäftsführer der Institution, die sich um die Verkönung und die Progresse zu promovieren, dann passen Sie mit dem Papier und die Verkönung. Wenn es das nächste Mal gibt, dann wird das nächste Mal im Prognü, dann kommt es, dass wir das nächste Mal im Plan haben. Und die einzige Möglichkeit, dass wir uns nicht mehr Menschen retten, ist, dass wir nicht mehr Menschen retten. Und wie wir arbeiten? Wir arbeiten, 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 wir arbeiten. Und wenn wir in einer solchen Position stehen, dann haben wir eine Regel, aber wie wir es mit der Beziehung haben, und wie wir es mit der Beziehung haben, und wie wir es mit der Beziehung haben. Und ich möchte sagen, dass der Hobby-Economie des Paisses, die wir mit der Beziehung haben, die wir mit der Beziehung haben, die wir mit der Beziehung haben, ist eine Art von der Beziehung der Beziehung. Das ist eine Art von der Beziehung. Wir haben noch mehr Werte, die anzüchteren, die wir mit der Beziehung haben, die anzüchteren, die wir mit der Beziehung haben. Das ist eine große Lösung für die Beziehung, die wir mit der Beziehung haben, und die Beziehung haben, die wir mit der Beziehung haben, die wir mit der Beziehung haben, die Dinge haben. Aber wir wollen die Registration machen, dass wir mit dem System nicht beherren, Anfänger in der Digitalisierung, wie es sich das andere vorgegeben. Die Bureaucrasie ist doch nicht verstanden. Man hat auch einen Anwesen, einen Anwesen, den wir mit einem guten Glauben. Es ist eine große Anwesenheit, in der sich so darin. Die Bureaucrasie ist so darin? Es ist für die Interesse, die Sie haben. Ich habe ein Freund, die zum Beispiel für einen Anwesen einen Anwesen, eine große Empresorium in Amerika. Die erste ist eine Bureaucrasse. Das ist die Tumbe des Service, ein Profesional, die durch den Departementen, die durch die Empresa und die Demokratie verletzten. Sie haben vier Formularen, aber ich habe nur vier, nicht vier. Und so habe ich es, ich habe 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 es, aber ich habe es, 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 das selbst movementionsk taxiert. Und so glaube ich, es ist, es ist jetzt 개봉al, egal Hmm, sicher nicht. Ich denke, hier ist immer ein Cage, Die Tierra del Sol ist eine sehr schöne Projekte. Und in Wahrheit ist es vielleicht eine sehr große Initiative, speziell für die Handicapte, die sich in Röntgen zu machen. Ich will nicht sagen, Adrian, aber wie ich schon erwähnt habe, was ich schon erwähnt habe, ein Problem für die Tierra del Sol ist, wenn wir jetzt die Tierra del Sol desarrollieren, die Tierra und die Tierra, die sich in der Tierra und die Tierra, die sich in der Tierra, die sich in der Tierra und die Tierra. Und die Tierra ist, die Tierra, die sich in der Tierra und die Tierra, das ist, wenn man das Tierra und die Tierra einfach verletzt hat. Ich habe mir gedacht. So, das Ministerium, das ist ein guter Freund von uns, ein Arubianer, war, dass es noch eine andere Menge zu haben, Aber ein Mensch hat die Plätze von der Tierra und der Sol, der Söderland ist. Das ist ein sehr wichtiges Thema. Das ist ein sehr wichtiges Thema. Es ist unglaublich, dass es ein Mensch zu machen. Und wir haben viel Zeit, dass es das Thema zu machen. Tremend. Es ist ein Möbler, ein Möbler, ein Möbler. Es ist ein Möbler, ein Möbler, ein Möbler. Es ist ein Möbler, ein Möbler. Es ist ein Möbler, ein Möbler. Es ist ein Möbler, ein Möbler, ein Möbler. Es ist 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 ein Möbler, ein Möbler, ein Möbler. Es ist 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 ein Möbler. Es ist ein Möbler, ein Möbler. Es ist ein Möbler, ein Möbler. Es ist ein Möbler, ein Möbler, ein Möbler. Es ist ein Möbler. Die Wörter ist, aber der der Wörter ist, dass die Wörter Der Tunnel, wenn man eine 18-Luna ist, ist, wenn man eine 18-Luna ist. Wir wissen, dass es eine 18-Luna ist und wir wollen, dass es nicht die 18-Luna ist. Es ist ein Tourismus, ein Stay-Over-Tourismus. Wenn es ein Tourismus ist, ist, wenn es ein Tourismus ist, dass es, wenn es ein Tourismus ist, wird es ein Traum an zum nächsten Mal zurückkehren. Es ist ein Tourismus, aber es ist, wenn es ein Tourismus ist, dann ist es ein Tourismus. Das Tourismus ist ein Tourismus. Das ist ein Tourismus. Ja, genau. Ja, genau. Passamos un tic de tempo. Votar tempo, votar persona positiva, però delante un ola assim grande, minunque per dati vós recordar. Tormenta, no? Perfect storm. Votar recordar, non? Un dia con mi te pensa sempre, se vós estelbo mes op, posicionar vos mes como víctima, è mai difficile per vim arriba, che se vós estelbo mes op come un victimario, no? Votar in charge del problema. Lo que nos universo, dios, ala, con come que llamele, su lema, mi te ayudavo, pero potente yo de vos mes. Vienes equivocati, dios te va a ayudarme, te va a rezar, dios te va a ayudarme, no, dios te va a ayudarme, se vende. Si vende, se vende, se vende lo a ayudarme, d'unico. Dios, costa, vos anus, tu vende tendencia a ver pessimista, specialmente, enfrentando, ola, la grande, e, no? Claro, mi t'ame, mi t'ame, mi t'ame, a cae roupi e bo, ma ne potenti ser rock bottom. E, bom consejero, bom amigo, Ich stimmel mich, aber ich habe mir das Aktion von Magie gemacht. Ich habe eine Aktion von Magie gemacht. Ich bin in der Haus, ich bin in der Kamer, und ich habe nichts gemacht. Das ist ein Venzen. Das ist ein Push. Ich mache etwas, das ist sehr wichtig. Das ist sehr wichtig. Und das ist, was ich habe, unter anderem, ist, dass ich meine Kurpe und meine Mente in guter Konditionen habe. Das ist immer meine Kereden-Gelle. Dankeschön. Ich habe auch die Leute, die ich mit den Trainern habe. Und ich habe zwei Dinge gemacht. Ich gehe auf die Biciclete, aber ich habe auch einen Jog, und ich habe eine Landa. Und ich habe gesagt, dass ich meine Konsequenzen habe. Ich habe eine Konsequenzen. Das ist unglaublich. Wenn du 20 bis 40 Minuten bist, bist du in der Nähe von der Maske, aber du bist wieder. Die Maske ist gut, du bist der Stress. Du bist wieder mit dem Gedanken, du bist wieder. Das ist wichtig, dass du dir die Körper in der Mischung der Mischung mögliche, in der Zwischenzeit, und auch, wie du es mitstimmst. Die Nutrition ist wichtig. Wir, als Urubianos, haben wir die Tendenz, die Arroz, Batata, Pasta, alles mit dem Blanken, mit dem Carbohidraten, mit dem Extra-Penzen und Sück. Und wenn wir in den Restauranten, mit dem Take-Away, haben wir die Arroz, Batata, Bananen. Bananen, die Arroz, Batata und die Macaroni. Ja, ein Salat mit dem Macaroni. Ein guter Freund hat mir gesagt, dass ich mir die Arroz, die Arroz und Batata mit der Mischung Es ist gut, dass es gut zu akzeptieren. Aber wenn man sich 20 bis 30 Minuten langt, dann ist es so ein langsamerer. Ich glaube, es ist ein langsamerer Profesional, aber es ist gut, es ist gut, es bewegt, es ist gut, aber es ist gut, aber auch sehr wichtig. Das kann man sich als ein Problem. Ja, das ist richtig. Wenn man sich wirklich eine Situation, wenn wir sofort eine Situation, anzüchter zu einem Punkt mehr her anzüchter, dann muss man sich nicht mehr einmal aufhören. Dann kam ein Mensch anzüchter und muss man sich nicht mehr in der Zeit. Und gerade, wir vertreten eine Depression, in einem Moment nicht schwierig, ich hab meine Doktor und von mir sag, ich auf eine andere Hormone heroes, aber ich habe das nicht akzeptiert, es ist es nicht Artificial, nicht Esfeldes, es kann sich nicht mehr in der Lust, Und wenn wir hier sind, dann gehen wir und kommen. Ich hatte ein Navy SEAL, ein Commander des Navy SEALs in Amerika, er hat mir gesagt, dass ich mich aus meiner Klostersuchin in der Kasse bin. Und dann gehen wir und nehmen wir und kommen. Wir gehen und kommen, kommen. Machen wir. Das sind ja auch, das sind Frauen. Machen wir und kommen wir und kommen wir. Wir gehen. Das ist ja, das ist ja. Es gibt eine große Unterschiede. Klar, es ist schwierig. Aber es gibt eine große Herausforderung. Es gibt eine große Herausforderung. Eine andere Sache ist, man muss eine Lösung für den Problemen. Es ist nicht ein Problem. Wenn man sich die Möglichkeit hat, es gibt eine Lösung. Es gibt eine Lösung. Es gibt auch eine Lösung. Ich habe eine Gespräche, von einem professionellen Einführung, von einem Eingern, Einwohner, Einwohner, Einwohner. Ich habe nach 20 Minuten gesagt, drei oder vier Dinge zu finden, aber nicht nur ein Problem. Man muss eine Lösung. Man muss eine Lösung. Man muss eine Lösung. Man muss eine Lösung. Das ist wichtig. Man muss nicht Angst, oder Angst, einen Moment, sondern Sie machen, dass Sie sich etwas anderes kostet. Man muss eine Lösung, dass Sie kommen, wie es ein Beispiel hat. Man muss eine Profession, mit unseren Freund, immer wieder mit der Sok线 sind. Sie ist eine kleine Verteilung. Und ich habe eine andere Freundin, eine positive mentalität. Und die Mutter ist sehr gut, und er hat sie versucht, die Frucht aus der Colombia zu importieren. Und er hat sie versucht, die Frucht aus der Colombia zu importieren. Die Konstruktion ist abrihend. Wir trainen für Konstruktion. Fertig, das Kabel der Finishers. Die Konstruktion ist ein Hobby, die Möglichkeit, und nicht mehr Angst zu geben, dass sie zwei nach hinten oder drei nach hinten sind. Ich habe auch ein Hobby aktiv, dass ich ein Projekt habe. Jetzt habe ich ein conseller. Ich habe ein conseller von verschiedenen Großbritannien Wenn wir ein Projekt machen wollen, dann können wir uns ein bisschen weitergehen. Klar, klar. Es gibt ein sehr wichtiges Thema. Wir sehen uns in Aruba auch die Migration von Aruba. Die Aruba ist ein bisschen ein Arubianer. Es gibt noch viele Menschen, die professionell sind, die ihre Karriere in der Leben haben. Sie sind in der Ruhe, um einen besseren Zukunft zu finden. Sie haben vielleicht noch zwei, drei, vier. Aber es gibt auch noch einen Pay-off. Sie können nicht zurückgehen. Sie können vielleicht nicht in der Profision, Aber es ist kein überleben, dass es das erste Ausgaben ist. Aber ich weiß, dass die Econöhnliche Situation wie ein Wettbewerb ist, dass es ein Unternehmen in der Welt gibt. Wenn es das Unternehmen verletzt, wenn es das Unternehmen verletzt, wenn es das Unternehmen mit einem Geld umbauen ist, dass es ein Unternehmen gibt, wenn es das Unternehmen gibt. Es gibt verschiedene Situationen. Der Regierung ist eine sehr gute Arbeit. Sie können auch die Fahne ausfüllen. Aber wie kann man die Menschen, die in den letzten Jahren, die in der Zeit, von der Verkaufnahme zu kennenlernen? Also, wie kann man die Leute ausfüllen? Re-Engineering, reformieren die Erkenntnisse und die Skills, dann machen wir einen anderen Job. Nicht Angst, dass der Job weitergeht. Es ist temporär. Es ist 18 Uhr, in der Manche der Papier. Es ist eine Vida später. Es ist Zeit, es zu reformieren. Hacen einen anderen Job. Vielleicht denken Sie, dass es an der Anhaltung von gutem Wissen ist, dass es weniger ist, dass es weniger ist. Aber so, was? Es gibt nichts Degrading, es gibt nichts Negatives dem den Kami de Trebo immer noch Trebo. E man auswickelt ein paar. Klar. E man aus einem Musik prominent den Hotelland den Luchus der Hotelland. Und aus der Musik haben wir viele Leute, die guter haben. Die Leute sind gerade nach einem Kuchen. Die Leute sind mit dem Gutsch. Die sind Teubel. Sie sind immer in Das ist etwas wie die Hacke. Sie haben . Die 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 sind und Und wir müssen uns aufpassen, unsere Expectation auf die Realität. Und die Realität ist, dass die Welt ein großes Problem ist. Und wir müssen uns irgendwie aufpassen, dass es die Realität ist. Wir haben auch die Mittauwäcke gesagt, dass die Mittauwäcke nicht nur ein Bändischung, aber es ist eine Situation, die wir passen. und vielleicht nach fünf Jahren, die wir nach hinten sehen können, dass wir etwas großartig ist. Es ist wichtig, dass die Dinge, die wir hier sind, und die wir mit uns wie eine Lehren. Wir wollen uns mit uns, was wir mit uns verletzten, was wir mit uns verletzten, was wir mit uns verletzten. Aber wir kommen zurück nach dem Punkt, Raymond, Ich habe auch noch ein paar Fragen, bis ich mit der Depression zu beschäftigen. Wie ist das eine Beschreibung? Es ist eine Beschreibung, wo man sich verliert, wenn man sich verliert, 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 Ich habe die Gange, die Tragen, die Gange, und ich habe die Leute, die Depression, die 70 Jahre alt sind. Ich habe die Zeit, die mir auf die Telefonie zu gehen, die ich in der Telefonie zu gehen. Ich habe die Lachse, die Lampen und die Negativen. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass wenn wir die Covid-19-Familien haben, dass wir die Familien-Familien und die Familien-Familien haben, dass wir mehr Unterstützung haben und mehr Unterstützung haben können. Ich habe mich gefragt, dass ich mich nicht erwähnt habe, aber ich habe mich studiert, und ich habe es geschafft, was passiert dann. Und dann haben wir die Angelegenheit, die wir in der Zeit haben. Und dann haben wir die Angelegenheit. Und so sind es. Aber es gibt eine Deskription von der Angelegenheit. Die Angelegenheit. Der Angelegenheit hat sich das Programm an. Der Angelegenheit hat sich in der Mühlein EQ-Tree an. Eine Mühleinheit. Ein Mühleinheit. Ich habe eine Art von mir gemacht. und eine Art von einem Dasein, eine Art von Dasein, eine Art von Dasein zu entwickeln. Wenn man sich die Art von Dasein im Möbel und man sich die Peskin nicht mehr anschauen, dann kann man sich die AQ-Tree noch nicht mehr machen. Wenn man sich die Art von Dasein ein Chancen und man sich die Art von Dasein auf ein Dasein, die wir sehen, wie die AQ-Tree. Wir sehen uns noch einmal auf dem Thema. Wir sehen uns noch einmal auf den Rösten. Bis zum nächsten Mal. 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 wenn etwas nicht ab guckt, ich habe nur и auch nicht acceptiert, was ich geliebte. Er ist nur noch nicht Commander, wenn wir nicht geliebten. Er ist nicht nur, wenn ich mich in derParke había. Ich habe das Land geplant, was ich mir was, in der ich auswählen, und er ist mir unsere Meinung, dass die Leute sehr gerätten, Für uns so viele Pläne, fast für nichts zu tun. Wir haben uns die Einführung. Natürlich haben wir uns die Einführung. Aber in generell, es ist ein Plan magistral. Wir haben uns geholfen. Wir haben uns geholfen und wir haben uns geholfen. Wir haben uns die Autonomie geholfen. Ich habe mich über die Frage zu exagern. Ich habe mir ein Billion von Florent, ich habe mir mehr Geld, ich habe mir mehr Geld, und ich habe mir nicht mehr Kontrolle. Natürlich, ich habe mir Kontrolle. Das ist alles. Ich habe mir viel Dank, dass wir uns nicht mehr machen können, dass wir uns nicht mehr machen können. Ich möchte, dass wir ein Programm anterrieren haben, Es ist eine sehr wichtige Aufgabe, die Eveline Weyverkruz, sobrina von Betikko, praktisch mit der Tumme und der Decision von Cotton Deal in Holland. Es gibt sehr viele Kritik auf die Themen, weil es viele Menschen gibt, oft diese Meinung, dass sie eine gute Autonomie haben, eine gute Lutte haben, eine gute Stadte aus dieser Partei. Aber jetzt habe ich angefangen, zu Beginn, mit der Tumme und der Tumme und der Opinion, die wir in der Lage sind, was wir machen, was wir machen. Wir wollen, dass sie sich in der Tumme und 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 in der Tumme. sondern wir sehen, dass die Hulandese in den Inzigen zu stellen, dass sie ein Papier-Sinofon-Firmen haben, und sie sagen, dass sie es nicht mehr tun haben. Sie sehen, dass sie eine andere Begründung haben, und sie sehen, dass sie die Begründung auf die Begründung haben. Die Begründung haben sie eine große Aufgabe gemacht, und ich bin sicher, dass sie die Geschichte nicht identifizieren, sondern sie sehen, dass sie eine größere Begründung haben. in unserer Historie, in unserer Isle. Aber, Reimann, wir schauen, dass wir in unserer Pandemie haben. Wir haben auch ein Verständnis, dass wir uns in kurz-, medien- und langweiligen Zeitungen haben. Wir wissen, dass wir unsere Gemeinschaft, unsere Gemeinschaft, unsere Gemeinschaft und auch die Regierung haben. Wie ein Vorschlag für die Gemeinschaft und die Gemeinschaft und die Gemeinschaft und die Gemeinschaft? Welche Positionen haben wir? Ich habe ein Punkt, dass wir uns zusammenarbeiten, uns und nicht dividieren. Wir haben die Gemeinschaft und die Institutionen, die wir dividieren und die Gedanken haben. Wir haben die Gemeinschaft und die Unternehmen zusammengebracht und die Gemeinschaft, die wir zusammenarbeiten, die wir mit der Regierung haben, die wir mit den Entscheidungen machen. Die Entscheidungen machen, die wir mit dem Konzerre jetzt machen, und wir haben den Job gemacht. Und wir müssen die Bürokratie aufkortieren. Wir haben die Bordeaux von der Gelle und wir haben das Bordeaux. Aber zusammen, dass wir uns alleine sind, sondern wir sind hier. Wenn wir uns hierher kommen, ist es, wenn wir uns hierher kommen, dann können wir uns nicht mehr gehen. Wir müssen zusammen zusammen, dass wir uns hierher kommen, um es funktionieren. Für uns der Tourismus ist etwas ruhig und delicat. Für uns der Tourismus ist, wir sind noch unterteilt. Wir haben uns hierher auch noch einen Touristen. Wir haben uns hier in einem Programm gemacht. Und die Touristen sind, sie suchen Pratt, sie suchen ein paar Bälle, Beach, etc. Und die Touristen sind noch, sie sind noch jung, sie suchen mehr mit der Kultur, mehr mit dem Ambienten. Sie suchen eine Beziehung, die sich über die Umwelt beschäftigt, und sie machen etwas. Und sie wollen sie mit Cooperationen. Wir haben ein Programm in der ganzen Welt, zwischen dem Touristen und dem Destination, mit dem Touristen zu kooperieren, mit den Plakern. Wir haben viele Möglichkeiten. Wir müssen uns re-engineeren den Touristen für ein Touristen neue. Und wir müssen hier Zeit kommen. Wir müssen die Minderung, wir müssen die Chefs specialisieren. Wir müssen die Leute wiederholfen, immer wieder zu faciliten. Es ist ein Land, mit einem Engenhöfen. Ich bin sicher, dass es nicht ein Land, sondern es ist ein Land, aber es ist ein Land, in Israel, wie viel Geld wir nicht inventieren und kreieren. Es ist auch, in der Verdeckung, es ist nicht möglich. Es ist ein Unternehmen, das Watergen, es ist nicht möglich. ein Schaaf, aber es ist perfekt, eine Maschine, die sich mit Wasser auszübten. Das ist richtig. Was haben Sie gesagt, nicht? Ja, ja. Und jetzt, wir versuchen, eine Maschine zu tun, die sich mit Wasser auszübten, die sich mit Wasser auszübten, mit Wasser auszübten. Das ist wichtig. In anderen Ländern, die sich mit Wasser auszübten, die sich mit Wasser auszübten, nicht so kompliziert. Der Asunto ist die Agrikultur, man hört sich auch die Verlösung von Ben-Marapen und Papier-Biari-Bergele. Von einem Punkt der Viste, und ich bin der Grund, von einem Punkt der Viste Macro, wir können nicht die Agrikultur sein, weil es ein großer Generator der Pläge. Zumindest für den Konsumen locales. Genau, genau. Auf der Fokke auf den Fokke und den Fokke. Wenn man einen Fokke ist, dann ist es gut, die Technologie. Wenn man die Fokke auf der Fokke ist, dann kann man die Fokke auf dem Fokke. Wenn man die Fokke auf dem Fokke ist, dann kann man das Fokke auf dem Fokke. Das ist das, was man will. Ich habe einen Beispiel, Raymond, von dem Juden. Und jetzt haben wir mit dem Resilienten, die nicht die Sprache, sondern die Sprache, die ich benutze, die Eveline Weaver-Kluss, die Sprache, die Resilienten. Wir haben die Sprache, die in der öffentlichen Präsentationen, die immer einen positiven Anspruch zeigen, die man den Sprache verwendet hat. Wir haben keinen Moment, wenn ich das Gefühl habe, dass ich eine derrote oder eine Situation mache. Das ist ein plus, wie ein Lieder. Er hat sich, 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 auf den Positivismus auf den Pueblen. Wir sind von den Pueblen Judäen, wie wir es heute haben, und wir wissen, dass, nach der Welt der Krieg, Israel ist in seinem Land zurückgekehrt. Und Israel ist eine Diaspora, hat sich für Jahre lang weitergekehrt. Und ein Paar mit der ganzen Bevölkerung der Judäen war, war der Russische. Und in einer Interview mit dem Rüsten, ein Professor, sagte, er hat sich, 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 als auch der Russische. Er hat sich, 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 der anderen Land ist. Und ich habe nichts, und ein Gruppen von Personen professionellen, zu konstruieren Israel, das ist interessant. Wir wissen, dass die Aruba nicht so viele professionelle werden, die sich in Form von diese Dinge verändern. Aber sie haben die Veränderung die andere Isle vor. Aber jetzt ist es eine Partie der Gemeinschaft. Sorry. Und wenn wir uns nicht über die Einfluss haben, geht es um Tourismus. Das ist der größte Pilar Económico für unsere Leben. Wir müssen nicht über die Einfluss von Tourismus so einfach. Aber es ist das was die Natur, die wir haben. Wir haben Placenteiro, Sol, Klima, Infrastruktur. also, nicht das Foto und denken, dass ich das Foto und das Foto im Tourismus ist. Es bleibt Foto im Tourismus. Das ist unser Pilar Económico primordial, das immer noch nicht, und wir unterstützen. Wir haben jetzt noch die dritte Teil des Programms noch, die wir mit der Beziehung, die Beziehung, die die Situation, und es wird ein Step-and-Stone für den Progresso. Ein Step-and-Stone für die Salle, für die Situation, die Econômige. Aber der Regierung hat eine große Verantwortung. In dem Programm hat man, in der Wahrheit, die Konstruktion, die Angelegenheit, wo es sehr leichter ist, von der Amt und Armand ist. Quanto responsabilität hat man, für sich die Dinge schnell zu erzeugen, wie die Econöffentlichkeit einfluss? Aber was gibt es noch mehr für den Gäuble? Das ist, dass die Institutionen hier rund um den Gäuble, semi-gäuble, nicht mehr, müssen wir mit dem Gäuble. Cada vez que der Regierung weiß etwas oder nicht, muss man es kritisch sein. Aber wir haben uns einen anderen. Wir haben uns eine andere andere, aber wir haben uns eine andere andere. Wir wollen uns weitergehen, um zu kreieren, um zu kreieren, um zu kreieren. Es gibt ein Institut, das heißt Fast-Track. Wir haben es sehr gut gemacht, aber es ist ein Meckanismus, wenn man einen Projekt ist, es wird schnell. Es wird eine solange, weil es agiliert, weil es agiliert und es agiliert, weil es nicht mehr kreiert. Die Digitalisierung hat einen großen Bereich, aber es kann ich schon lange machen, aber es ist schon immer so. Das ist schon immer so. Ich habe einen Ort, oder? Aber wir wissen, Raffaell, wenn man sich das Bolldown-Bottom-Line ist, dass wir das Bolldown-Bottom-Line machen können. Wir haben uns, wir als Menschen, wir sind auch bereit, dass wir zwei nach hinten gehen und drei nach hinten gehen. Wir haben die Angelegenheit, und hier kommt ein Porn, ein Porn. Und dann wird es positiv. Das ist die Klage. Positiv. Go over to action. Aktion hat magia. Und negatividad hat veneno. Dann wird es ein Porn. Influenziert ein Porn. Und es ist ein Porn. Und es ist ein Porn. Es ist einfach für Kritik. Es ist einfach. Es ist einfach ein Porn. Ich habe immer noch eine Geschichte, aber ich habe immer noch eine Geschichte. Ich habe immer noch eine Kritik, das ist der Hauptsache, die Kritik ist, die Geschichte, das ist, was er. Und der Positivismus, das ist, die Idee ist, die Idee ist, dass sie nie zu experimentieren, aber es ist, wenn man sich die Geschichte macht, ist die Magie, und ich habe das Papier-DG. Ich hoffe, dass ich eine gute Ausbildung habe. Ich habe gesagt, wow, ich habe eine gute Aktion. Ich hoffe, dass ich eine gute Expertise habe. Ich sage, dass ich ein Hobby für die Konten habe. Ich sage, dass ich ein Hobby für die Dune habe, dependiendo del tópico con nuestro papio yo no salgo votar un persona de tur tópico que gota hepático seguro que el haga atrás para cuando usted el vidente en el que decor bajamos expectativa lang si hubo perro bobo obvi train de uno deporte de poe la más sigo se trata un bon centro un consejo le baila más lagatura energía y atrás y ejercicio de tu nabo hormona en positivo y y go into action sal y eficaz como se mueve y también para gobernar lideran no lupidad turismo y tra junto para bien con costa nuevo y costa que no está un co de 5 I of GSI sino un amigo de mi te llame low hanging fruit fruta como como cosecha la mesura y está positivo y pose de la española de amén mango bajito rey mamá sedang y para aportar a colaborar con este programa en verdad nuestra tumba con consejo una de en haya estima en verdad que no esté evidente dan por escucha esa que nos espera de tiempo back de programa tan quiere mucho gusto de repente después de forma que no se termina nos programa al caso esperando pues con información valioso a bien y arriba mesa y cupa están cojan en el caso de en verdad en verdad sal y comenzar así ejercicio baila más la andamento está en verdad manera reyman está practiquete ahora aquí pone pia para así cosas seguro el lema que voten guardado en casa y primer cosa con volante derecho a la cama y sale por favor así lo que voten de hace en fin esto se espera pues de poder informarlo invitándolo para otro programa y al caso de un otro oportunidad de otro viaje con Dios que un saludo Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020